Einen Einbruch erlebt bei der Gemeinderatswahl in Wien. Die Wahlbeteiligung mit der Auszählung von rund 300.000 Briefwahlstimmen wird sie gegenüber dem Urnenergebnis vom Sonntag zwar deutlich steigen, aber über 65 Prozent wird sie nicht kommen, also um mindestens 10 Prozentpunkte schrumpfen. Damit wird es weit mehr Nichtwähler geben, als die SPÖ Stimmen hat. Der Grund dafür ist nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch, dass viele FPÖ-Wähler diesmal zu Hause geblieben sind. Im Sonntag veröffentlichten vorläufigen Gemeinderatsergebnis ohne Briefwahl ist die Beteiligung mit erschreckend niedrigen 36,9 Prozent ausgewiesen. Nur etwas mehr als 418.000 Stimmen sind in den Wahllokalen für die Gemeinderatswahl abgegeben worden. Wahlberechtigt sind heuer 1.133.010 Wiener und Wienerinnen für den Gemeinderat und 1.362.789 Wienerinnen und Wiener und nicht-österreichische EU-Bürgerinnen und Bürger für die Bezirksvertretungen gewesen. Da heuer aber rund 40 Prozent der Stimmen per Briefwahl abgegeben worden sind, die erst ab Montag ausgezählt werden, wird die Beteiligung noch deutlicher ansteigen. Sora erwartet letztlich rund 63 Prozent, die AG wahlen um die 65 Prozent Wahlbeteiligung. Rund 710.000 insgesamt abgegebene Stimmen laut Sora-Prognose bedeuten, dass 423.000 Wiener und Wienerinnen nicht an der Gemeinderatswahl teilgenommen haben. Das sind weit mehr als die stärkste Partei, die SPÖ wählerzählen hat können. Das werden laut Sora rund 294.000 sein. Mit 63 bis 65 Prozent landet die Wiener Wahlbeteiligung wieder da, wo sie vor rund 30 Jahren gelegen ist. Bei den folgenden beiden Wahlen hat es bemerkenswert hohe Zuwächse von jeweils 7 Prozentpunkte gegeben. Mit 2015 dann 74,7 Prozent ist die Beteiligung in Wien hoch, wie zuletzt vor 40 Jahren.